Ein guter alter Bekannter ist wieder da. Guckt mal, wer da ist. Der Frogger. Der Frogger dürfte euch bekannt sein aus dem einen oder anderen Fahrvideo. Ich glaube, das ist eines der beliebtesten Videos tatsächlich, wo ich mit dem Malossi-Motor durch die Gegend ballere. Also der Frogger ist da. Warum ist der Frogger wieder da? Weil der Michael den gekauft hat vor einem Jahr, einem halben Jahr, keine Ahnung. Ich hatte es eben gesagt, weil der Frau fragte, warum haben wir den eigentlich verkauft? Das Geld, was hier rausgekommen ist, steckt jetzt in das Bausa. Wie ich das sagte, ich drehe das Geld für die Sachen innerhalb der Projekte, damit ich für euch Content produzieren kann, beziehungsweise auch die eigenen Projekte weiter vorantreiben kann. Kommt ja keiner in den Hof und schmeißt mir da das Geld ins Haus. Also Michael, schön, dass du da bist. Freut mich auch. Den Frogger kennen wir, was ist für einen Motor drin? Der Motor ist ein 150er Lusso drauf mit einem 187er Krono mit der Form C-Welle. Und 60 Millimeter Hub, 110 Millimeter Ploy, 145 minus 5 Steuerzeiten. Von der Welle? Ja. Kugelwelle? Okay. Das ist lang. Das ist viel Steuerzeit. Ja. Okay, wir gucken weiter. Auspuff ist die Big Box 2? Genau, richtig. Das ist ein interessanter Auspuff. Ich bin mal gespannt. Ich habe diese Kombi noch nicht auf dem Prüfstand gehabt. Als Drehschieber bin ich tatsächlich gespannt, was der zur Leistung stand ist. Vergasermäßig hast du erstmal Standard reingemacht, ne? Genau, SE24. Da ist ein modifizierter Polyniedrichter drauf, wo die Düsen nicht im Strom sitzen. Okay. Tasche aufgefräst. Okay. Also du hast vergasermäßig schon mal ein bisschen was gemacht? Ja, genau, richtig. Okay. Dann gucken wir mal, was das jetzt so als Eingangsmessung, was wir darstellen. Ey, du hast ja wirklich sogar den, guck mal. Guck mal, du hast ja echt den Frogger sogar drangelassen. Ja, ja, klar. Sicher? Ist doch der Frogger. Ja, cool. So, meine Frau wird mich hassen nachher. Ich bin ganz sicher. Pamela. Gut, also ich bin gespannt. Wir schauen mal. Was hast du hier für Markierungen drauf gemacht? Das sind Gangmarkierungen beim Einfahren. Das ist jeweils 5000 Umdrehungen. Okay. Kohlwellenumdrehungen. Und bis 7,7 willst du einfahren? War eigentlich mal der Plan, habe ich aber verworfen. In der Regel. Zum Einfahren folgendes gesagt. Das Einzige, was beim Einfahren im Zylinder wirklich relevant ist, sind die Kolbenringe. Weil die Kolbenringe sind die einzigen Bauteile, die zwischen Kolben und Zylinderkontakt haben. Was passiert beim Einfahren? Die Kolbenringe schleifen sich auf die Zylinderlaufbahn ein. Zylinderlaufbahn wird geglättet, die Kolbenringe werden eingearbeitet. Und das Ganze sollte man in der Regel so 350 bis 500 Kilometer sollte reichen. Was ich mache ist, wenn ich die Motoren baue und bin ja natürlich auch dann losfahren, dann stimme ich die halt auf dem Prüfstand ab und die kommen von der Werkbank direkt auf den Prüfstand und kriegen die Fresse. Also von der Seite her einfahren, aktuelle Zylinder mit den neuen Nikasilbeschichtungen, 350 bis 500 Kilometer reicht. Dann sind die Kolbenringe auf die Laufbahn eingeschliffen. Anders verhält es sich, wenn ihr neue Getriebekomponenten verbaut habt oder eine neue Kupplung, ein neues Primärrad etc. Dann habt ihr sehr viel Abrieb im Öl und dann solltet ihr auch alle 300 Kilometer die Ölwechselintervalle machen. In den ersten 1000 Kilometern quasi dreimal das Öl wechseln, damit der ganze Rotz da rauskommt und nach 1000 Kilometern könnt ihr dann auf den 1000er Intervall umsteigen. Das sind ja nur 300 Milliliter Öl, das kostet halt auch nicht so viel. Ich wechsle tatsächlich immer so alle 1000, 1500 Kilometer das Öl. Hauptsache die Karre hat frisches Öl. So, gut, dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Ich bin gespannt. So, gut, dann gucken wir mal. So, gut, dann gucken wir mal. So, gut, dann gucken wir mal. Der hat oben rum abgemagert, glaube ich. Der wollte dann nicht mehr weiter. Ich mache nochmal einen Lauf und dann hören wir mal genau hin, was passiert, wenn ich in den Vorderstbereich gehe. Das ist ein totaler Fuel-Cut. Hast du das gemerkt, wie der zusammengebrochen ist? Hier läuft nicht genug Sprit nach. Der zieht sich Sprit oder will Sprit haben. Hier passiert irgendwas im Vergaser. Das heißt, wir nehmen das jetzt alles auseinander in den Vergaser und gucken uns das genau an. Hier, der will nicht. Der macht bei 90 und du siehst das auch. Guck mal hier. Du siehst regelrecht, als ob einer das Zündsignal wegnimmt oder die Spritzufuhrkarte ist. Wirklich wie so ein harter Drehzahlbegrenzer. Schoss der ab. Das ist, als wenn Zündschlüssel umdrehen, ausmachen. Das siehst du wunderbar an der Kurve. Normalerweise müsste die Kurve hier runtergehen. Also da ist auf jeden Fall was im Busch. Da gucken wir uns das Ganze mal an. So, was mir auch auffällt ist, hier unten, das ist nicht harmonisch. Das ist auch wieder so eine zähe Nummer. Der will nicht und will auch nicht in Standgas zurück. Der ist druckvoll, das merkst du im Gashahn, aber der will irgendwie nicht aus dem Sattel kommen. Wir bauen das jetzt mal auseinander und gucken uns das mal an. Und dann gucken wir mal, ob es was mit der Vergaser-Thematik zu tun hat, mit dem Spritzelauf zu tun hat. Wenn nicht, könnte ich mir vorstellen, das wäre auch noch eine Option, dass du ein Thema mit dem Pickup hast. Das heißt, bei steigender Drehzahl, dass wir irgendwo ein Thema haben, vielleicht das Lüfterrad nicht nah genug am Pickup sitzt. Und wenn bei steigender Drehzahl, da kommen ja noch Fliehkräfte dazu, dann baut sich das Ganze ja auf, dass er dann vielleicht kurz den Kontakt verliert. Weil das kann entweder Fuelcut sein oder Hartzündung verloren. Also wenn wir mit dem Vergaser jetzt nichts erreichen, musst du es auf der Agenda haben, dass es vielleicht ein Thema mit der Zündung sein kann. Aber wir bauen jetzt aus und dann gucken wir mal. So, etwas größere Operation an dem Vergaser, weil der Vergaser ist wirklich noch ein Relikt aus ganz alter Zeit. Das heißt, der hat so grundsätzlich was gegen Tuning gehabt, den mussten wir mal richtig auf die Pelle rücken. Das Vergaser ist jetzt umgearbeitet, neue Düsen sind drin und jetzt mal gucken, was passiert. Ob wir immer noch den Fuelcut haben, weil dann müssen wir den Deckel komplett tauschen. Das habe ich dir gesagt. Der Deckel ist so suboptimal darauf vorbereitet, für das, was wir von ihm wollen. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Wir gucken jetzt mal, ob die Tankentlüftung funktioniert. Und wenn das nicht funktioniert, dann müssen wir nochmal an den Vergaser ran, aber auch den komplett anderen Deckel. das können wir auch machen. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Deswegen sage ich noch mal vollen Tank herkommen, hast du Sprit mit? Ja. Ja komm, schick mal voll. Also, um euch das mal ein bisschen näher zu bringen, was wir hier haben ist augenscheinlich ein totaler Fuel Cut, das heißt der Sprit läuft nicht in entsprechender Geschwindigkeit nach. Spritzschlauch ist kurz genug, Fastflow ist drin, den Fastflow hatte ich noch eingebaut und den Spritzschlauch auch, das heißt, da können wir davon ausgehen, dass das funktioniert. Jetzt haben wir da einen Deckel drin, der ist wahrscheinlich mit diesem Motor auf die Welt gekommen, also ein Vergaser drin, der mit diesem Motor auf die Welt gekommen ist, wo ich davon ausgehe, dass die Geometrie dieses Vergaserdeckels einfach auch nach einer Modifikation nicht ausreicht. Ich habe ihm das eben gezeigt, wir haben ein Problem mit der Nadelposition, was wir augenscheinlich insofern nicht beheben können, weil Schwimmergeometrie, Druck, also nicht Druck, aber Guss des Deckels so ist, dass die Nadel nicht entsprechend tief genug absinkt und wir eine Mangelversorgung haben einfach. Das heißt, wir gucken jetzt mal, was passiert, wenn wir jetzt den Tank auffüllen, wenn wir den Druck erhöhen, weil das könnte noch ein Indiz sein, aber nichtsdestotrotz, wenn der Druck absinkt, hast du das Problem trotzdem. Das heißt, wir erhöhen jetzt mal den Druck und gucken mal, was dann passiert, ob ich dann wieder in diesen Fuel Cut komme und dann bauen wir an den anderen Deckel ein, weil so geht's nicht. So, jetzt haben wir nochmal vollgetankt, aber das ist halt beim Abstimmen so. Da muss man halt alle diese kleinen Baustellen, die zum optimalen Ergebnis ein Problem werfen, muss man halt aus dem Weg schaffen, damit man auch entsprechende Ergebnisse erzielen kann. Also, so, jetzt nochmal den Tank voll und jetzt gucken wir mal, ob der Druck im Tank, also dieser erhöhte Druck im Tank dafür ausreicht, mehr Sprit in die Kammer zu drücken. Wir haben ja Fallstromprinzip. So, und dann gucken wir mal, ob das hilft und dann bauen wir den Deckel um. 5-0-1! 6-0-1! 5-0-1! 5-0-1! 5-0-1! 5-0-1! 6-0-1! 6-0-1! klar das ergebnis wir haben den druck im tank erhöht wir haben also drei vier fünf liter sprit drauf gekippt haben wir druck im tank jetzt reicht der druck aus um an der nadel sich vorbeizudrücken wenn du aber unter ein gewisses level singst mag hast du ab motor tot also deckel ausbauen an der deckel drauf das zeigt das jetzt im grunde ganz klar so Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich fahre jetzt in den vierten Gang und bringe extrem lange Belastung in den Motor, um zu sehen, ob wir das Spritproblem tatsächlich behoben haben. Danach sieht es im Moment mal aus. Aber jetzt braucht er lange und harte Belastung. Dannach sieht es im Moment mal aus. Und jetzt nochmal dritter Gang. Und wenn die Linien alle jetzt übereinander liegen, dann sind wir auch mit der Belastung safe. Dannach sieht es im Moment mal aus. Du kannst jetzt mal mit der Kamera an den Bildschirm rangehen und die Linien zeigen, ob die Linien jetzt übereinander laufen. Im vierten Gang haben sie das gemacht. Im vierten Gang hat das mit der Klappe gesucht. sohn. hast du den so lange übersetzt der ist ja brutal lang übersetzt ich habe eben im vierten gang das gefühl was ist denn da von über sein muss doch es ist eine gradverzahnte übersetzung drin ja okay weil das macht nämlich sinn weil dieses komme ich dachte so warum zieht er bis 120 140 150 der hörte gar nicht mehr auf also was wir jetzt haben ist dass das sprit diese für cut problem haben wir komplett eliminiert anderen deckel gebaut andere nadelgeometrien hast ja genau gesehen ich habe ihnen das mal genau erklärt wie das aussieht das hat einfach damit was zu tun dass wir jetzt sicherstellen können dass der spritzulauf auch in der menge stattfindet wie wir ihn brauchen ja dösungstechnisch sind was safe da haben wir jetzt die bedürfung so gewählt dass wir wenn die linien immer wieder übereinander laufen das heißt ja sich die kurve über kurve über kurve legt dann für nix so das heißt du hast bist du in dem bereich wurde eine optimale verbrennung der zündwinkel passt ich würde den jetzt tatsächlich so fahren aber warum hast du die übersetzung zu lang gewählt vertan im ernst ich war ich der mannung der corno drückt mehr als das self was haben wir denn ein zukommen wie immer kommen wir die kurve angucken das ist nämlich ich bin nämlich ins gas gegangen bei 2.000 also die messung beginnt bei 2.800 umdrehungen und dann ging das so schleppend hoch und hat auch so ganz kleines bisschen weller form da merkst du dass der zylinder der performt sich dann hoch aber das nahm kein ende so jetzt gehen wir mal das ist jetzt dritte gang ich bin bei 120 im dritten gang aus dem gas dein peak im dritten gang liegt bei 100 105 der peak der leistung speed das heißt wenn du mit dem fährst kannst du bei 100 im dritten gang fahren und hast deine volle leistung so das ist eigentlich absurd wir gehen jetzt mal eben komm her ich zeig dir das mal was hast du von übersetzung drin 24 62 fast länger geht es ja meine güter wir gucken uns das mal an warte mal warte mal warte mal so letzte einmal der witz ist weil du nämlich so eine lange übersetzung hast tut er sich im vierten gang mit der leistung auch so schwer weil so dass es dritte zu viel ist auch das ist gekommen also womit du gekommen war 19,4 und du gehst mit 20,8 und du siehst wir haben aufgrund dieses mangelhafte spritproblem also die mangelhafte spritversorgung und der entsprechenden bedürfung und so weiter haben wir jetzt hinten raus mehr leistung aufgelegt also wir reden hier klar von der überschneidung von nebendüse zur hauptdüse weißt du noch was du von der hauptdüse drin hattest ich hatte 135er drin ja so und wir sind jetzt bei einer 162 162 so aber viel interessanter als folgendes muss man eben noch mal eine andere kurve holen und das ist viel viel zu lang du hast jetzt im grunde übersetzung drin von 244er quadrin ja du hast eine piet leistung bei 100 dann schaltest du bei 100 und dann stehst du auch voll im saft voll im drehmoment anstieg und dann kannst du das dingen und da wird dir der luftwiderstand wird den echtes problem machen könntest du bis 135 km herausziehen und dann wäre auch dann drehmoment am ende also rein rechnerisch hat er die leistung oder die kraft dich bis 135 kam herauszutragen so da hat er auch 90 ps es wäre jetzt du machst jetzt mal bitte folgendes du setzt dich jetzt mal drauf und fährst damit weil jetzt machen wir auch noch den hohen deckel drauf jetzt hat er genug luft mich würde wirklich interessieren bis wo du den hinkriegst können machen es ist absurd also du hast eine 63 trennen hol dir du musst das ist ich habe schon zu hause nur 23 er die 23 62 würde genau dem getriebe entsprechen dass auch in der in der super drin ist mit dem kurzen vierten also da ist auch ein kurzer vierter drin für das konzept viel zu lang 24 64 hätte es dreimal getan weil du hast jetzt das problem du fährst extrem spritsparend und kannst mit einer ganz niedrigen immer auf drehzeit technisch und das ist eigentlich das absurde du fährst jetzt bei ja sagen wir mal 5500 umdrehungen da hast du im vierten gang so 14 ps ja da sind wir genau in diesem knickbogen sonst gehen wir noch mal auf kmh du kannst den mit 5000 umdrehungen bei 100 rollen lassen viereinhalb 5000 das heißt er wird dir nix verbrauch wahrscheinlich drei liter aber du kannst halt auch wenn du dann wenn du dann ins gas ist da musst du runterschalten da musst du im dritten runter und du musst bitte ganz dringend nach deiner schaltung gucken von zwei auf drei stimmt irgendwas nicht okay ich vermute ja dass die schaltraste kippt ich kenne das problem das heißt wenn du den gang einlegen willst da hast du ziehst ja ja an den mann den schnüren an den an den an den seilen wenn der teller also wenn diese achse die da ist wo der teller oben drauf ist wenn dieser teller kippt wenn die führung ausgeschlagen ist dann kriegst du die gänge nicht rein und denkst du wieso ist doch alles gut so leichtgängig aus die raste aus tut es alles aber durch diesen durch diesen seilzug kippt dieser teller und dann verkantet sich diese welle die da drin ist wo der schaltarm dran ist und dann kommst du nicht weiter und ich glaube das ist ein problem habe da man auch mehr drauf schaltteil tauscht die schaltraste außen wird das thema weg wir können ja mal gucken hier sehr offen ich glaube dass dieser teller kommen näher schatz wenn ich jetzt den gang einlege dann kippt dieser teller das heißt die achse die hier unten durch geht zum schaltarm wenn der kippt das sind schaltprobleme die haben gibt es oft wenn diese schaltrasten verschlissen sind und ich glaube dass es die schaltraste ist die mit dem motor auf die welt gekommen ist kann das sein dann ist diese 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 hülse die da drin ist verschlissen und dann gibt dieser teller das kannst jetzt nicht nicht gut sehen wenn der ding auf spannung ist tauschen mal die schaltraste außen dann müsste das weg sein ja also auch für euch zukünftig mal wenn ihr schaltprobleme habt dann schaltraste ausbauen und das spiel messen was die achse hat gut wir bauen aus du gehst auf die straße und dann hol mal feedback jetzt bin ich echt extrem gespannt wie sich dieses lange getriebe auf der straße macht wirklich macht ziemlich spaß ehrlich ist zwar kein racer aber immer ab also als du hier weggefahren bist habe ich nur gedacht so jetzt muss da langsam schalten und dann hast du richtig durch die schnell bisschen gefahren also laut hallo kommen wir also irgendwo so 110 mehr hast du nicht gemacht also ich bin es ging nicht wegen den autos also der wäre hier der gegenrichtung wird er deutlich schneller gelaufen also hat es noch immer wenn du hast du denn das gefühl wenn du jetzt weiter aufreicht dass er weiter fährt oder dass er so ein bisschen rumdümpelt ja also da ist nicht mehr viel also der wie die 23er primär jetzt da drauf wäre der bessere anschluss so wie das auch auf dem selfio drauf ist ja aber erste zweite dritte macht er natürlich richtig laune das ist aus dem dritten bis 100 mal gepeitscht ja ja vielen dank aber im vierten gang kannst du nicht rollen lassen dass das ist halt ich wollte ein unterschiedliches konzept haben es macht keinen sinn zwei gleiche motoren zu bauen ja in unterschiedlichen rahmen deswegen war der versuch mit dem krono und dem anderen aufsatz und dem langen getriebe mal was anderes zu tun um auch mal spazieren zu fahren ja das kannst du spazieren fahren kannst du damit das ist wirklich der holt der kein wir haben wahrscheinlich windgeräusche auf dem mikro das mal reingehen ist los warum was ist da bin ich nicht bei ich bin ich nicht bei hier kommst du rein wegen dem wind ja damit siehst du halt kein kein beschleunigungs rennen siehst du da siehst du nichts vom teller aber du kannst halt bequem mit 100 im vierten gang mit viereinhalb 5000 drehungen dahin rollen und dann verbraucht das ding auch nichts wie war es fahrverhalten wenn du niedertuchig beschleunigt hast lief der sauber nach oben durch ja hat er gemacht also kann rotzen kann spotzen kein und auch wenn du hart gepeitscht hast du dieses flug hat thema nicht mehr gehabt also okay dann ist gut dann haben wir alles erreicht also deckel muss da raus hast du beim schalten ein problem gehabt und zweiten den dritten das deswegen hat mich das gewundert dass du so probleme auf dem prüfstand hat es weil wenn der rolle auf der straße läuft macht er die probleme nicht okay dann halt das mal im auge ja ich vermute dass es der teller von der schalt raste ist ja vielleicht tauscht die einfach mal präventiv aus guckst du mal okay gut dann haben wir die kiste fertig dann muss ich gucken ob pämela noch zeit hat weil dann aber keine pämela hat kein also pämela hat jetzt keine zeit mehr deswegen müssen wir jetzt quasi die kannst du noch mal kurz den roller zeigen den roller werden wir jetzt ohne prüfstand machen schade eigentlich auch vielleicht mehr kassen dazu dass er die kamera hält also ja gut dann erst mal schön dass wir das dahin gekriegt haben dass wir da die probleme beseitig haben dass er sauber läuft und jetzt gucken uns deine andere an drauf geht's dann gucken wir mal was mit dem 177er städio ist also das Ja, ja, ja. 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 Ja, ja, ja. 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 Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Also ihr habt ja auch gesehen, was wir noch zu den Vibrationen, deswegen hatte ich ihm auch Bescheid gesagt, der soll mal herkommen und fühlen, die Vibrationen kommt definitiv nicht aus dem Motor, weil die Vibrationen bleiben in unverminderter Härte bestehen, wenn der Motor runter tourt. so das heißt das liegt irgendwo hauptwelle trommel felge reifen irgendwo in diesem sektor weil das ist das einzige was dann frei dreht wenn ich die kupplung ziehen dreht die hauptwelle leer so und das ist ich vermute dass du entweder ein massive schlag in der felge hast oder die trommel sogar sich verzogen hat also da ansetzen das wird unangenehm je schneller du wirst du merkst das auch wenn in den dritten beschleunigst dann reicht die drehzahlen oder die geschwindigkeit noch nicht aus damit die vibration richtig schön in den arsch zieht wenn ich aber im vierten ich habe ihn bis in vierten bis 140 gezogen dann ist die vibration so stark dass du wirklich merkst und dann ziehst die kupplung und dann bleibt die vibration also da musst du gucken okay so jetzt auf die straße so kommen schritt näher damit er das auch sie ist so wir haben nicht pämela jetzt wir haben pämela innen also für euch mal die kurve ja wir haben über das gesamte band ordentlich leistung rausgeholt wir haben insgesamt zwei ps draufgelegt und wir haben insgesamt im schnitt fast fast zwei nütenmeter drauf gepackt wir haben hier 23,6 und 22,4 also 1,6 m also der müsste im gesamten band deutlich mehr leistung haben deutlich mehr drehmoment haben und auch deutlich mehr leistung du siehst wir sind jetzt bei da wo es schon vorher zusammen gebrochen ist da haben wir jetzt noch hinten noch deutlich mehr leistung also wir haben jetzt zum beispiel bei siebeneinhalb tausend und sagen wir mal 72 haben wir 22,3 und 19,7 da hinten heraus hast du zweieinhalb ps mehr das müsstest du jetzt auf der straße deutlich merken also helm an jacke an und fahren bis gleich also also auch 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 Ich habe eben auf dem Prüfstand gesessen, das war wie so ein Kinder-Hochstuhl, wie so ein Kinder-Hochstuhl. Ich komme mit den Füßen nicht an den Boden, also das ist nichts für mich mit den Bänken. So mein Lieber, sieht oben deutlich besser aus. Ja, komm näher. Wir haben wieder Windprobleme, komm lass mal eben reingehen, wegen dem Wind. Das Mikro, ich habe den Puschel nicht drauf. So, also das hörte sich auch schon mal ein bisschen potenter an, wo die weggefahren ist. Erzähl, wie fühlt es sich an? Ist natürlich von der Übersetzung her was total anderes wie der Krono. Klar. Drückt deutlich agiler raus, also spritziger. Wie gesagt, durch die Übersetzung, das wusste ich ja schon im Vorfeld. Macht der mir Spaß. Aber auch so, man merkt es mehr an Leistung, also das merkt man definitiv. Ja, sehr schön. Wie schnell bist du gefahren? Hast du mal ausgedreht? Ne, es geht nicht. Ich habe halt immer Autos dazwischen. Aber hast du mal gut durchgepeitscht, die Gänge? Auch kein Spritproblem, nichts? Kein Rucken, kein Zucken, gar nichts? Nö, absolut problemlos. Okay, gut. Kevin, vielen Dank. Gern geschehen. So, dann sind wir auch durch mit dem Video. Ich weiß nicht, ob das jetzt 1, 2, 6, 4, 8 Teile sind, keine Ahnung. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, Abo, wohlwollende Kommentar. Der Hund fand es scheiße, der jault die ganze Zeit. Ja, ist gut. Ja, dann bleibt hässlich. Wenn er rausgeht, fallet nicht in den Schnee und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss. Los regime mutual zu stehen. Zähne wird. Bis dann, tschüss.